willkommen zurück hierbei ist es gut genau starten direkt einen neuen raubzug im letzten part haben wir einen gemacht wir gehen wieder hierhin aber wir haben zwei von drei ausrüstungs gegenständen gefunden und ein von zwei büchern und der dritte aus der dritte ausrüstung und waffen müsste das schwert sein was es hier gibt unsere mannschaft sieht gut aus der bootsmann ist auch auf level 3 wunderbar und ich muss echt aufpassen weil ich habe nicht mehr viel geld aber ich denke mal wir können auch demnächst wieder einiges am plunder verkaufen jetzt setzen wir erstmal segel und gucken dass wir dieses schwert bekommen und schauen ob wieder alle unsere wikinger überleben lasst uns mal direkt einen blick auf die karte werfen sobald was können genau hier sieht man wunderbar die haben wir schon das heißt wir fahren das hier war das letzte was man letzt mal gemacht haben das heißt wir fahren erst mal wir fahren erst mal einfach den fluss entlang und schauen mal wie weit wir kommen vielleicht bei dem einen wieder die kette davor weil ich glaube da fahr ich das mal einfach außen rum ja der fluss ist halt gut bewacht aber das sollte uns trotzdem nicht aufhalten bis sie etwas merken sind wir schon lange weg gefahren das langschwert deswegen sind wir wieder hier auf dem fluss wir wissen es ist nahe der quelle also oben allerdings würde ich auf dem weg trotzdem gerne alles mögliche mitnehmen um das letzte um auch noch das zweite buch zu finden da muss man ein bisschen gucken nicht dass die hier plötzlich auch irgendwo eine kette gesperrt gespannt haben damit kette gesperrt genau interessant also jetzt kommen wir jetzt gut auf dem fluss voran da ist die kette jawohl dann mal kurz gucken da können nebenbei den kleinen umweg und fahren hier rum da ich habe keine lust da die kette wieder weg zu machen auch wenn es vermutlich schneller gehen würde aber wir nehmen einfach hier die abzweigung ich hoffe und erwartet jetzt hier kein hinterhalt das wäre mies da war ob wir hier durchkommen durch diesen kleinen nebenarm oder oder geht gerade ein tierchen baden das sieht jetzt gut aus bis jetzt sieht das doch ganz gut hier aus alle guten stein ist nicht drauf fahren da vorne ist die brücke ja genau das ist die brücke auf der karte gesehen ja ich denke was sollte doch das ist die brücke das an die wurde hatte ich doch noch gar nicht ja warte war okay so wo wir ganz kurz gucken wir müssen dann wir fahren einfach alles weiter wunderbar allerdings sieht das so aus als ob sich der fluss dann gleich wieder teilt er hat hier nicht auch hier ist auch wieder kommen einfach durch so wo fahren wir her ich werfe einen blick auf die karte und ich sage wir fahren rechts ja ja wir fahren rechts rum ihr braucht ja nicht mal den mast machen sie wirklich nichts ist ja geil das ist ja cool so und zwei sachen hintereinander wir kämpfen so doch aber die misch sitzt da um einer im turm? na warte den holen wir da runter den holen wir da runter tschüss so wow es gibt okay es gewittert zack treffer ha 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 cool getroffen ich brauche eine verstützung wunderbar hier ist nichts hier ist nichts aber hier ist was drin ich brauche hier mal hilfe genau sehr gut wie das war es hier schon ja tatsächlich deines lager haben wir erfolgreich geplündert was machen unsere wikinger ok da haben wir unser schiff geparkt er taucht es aus dem nebel auf zwei hintereinander hat nur zwei anlegepunkte ok wenn wir jetzt den anderen weg gefahren wären wenn wir da hochfahren würden wäre da auch noch was ist jetzt halt die frage fahren wir jetzt ich bleibe einfach mal hier mal schauen da haben wir das nächste was das ist wir hier ja mal gucken das ganz klein ist sie gar nicht auf der karte oder wo ist es dass du ist dass das hier ja doch das naja genau glauben wir ein hügel außenposten da ist nichts drin ein hügel außenposten Boah, ist jeder einer? Uiuiui Da ist was drin Und, kann ich da oben rein? Ja Toll, die haben schon wieder einen Pfeil drauf geschmissen Leider bescheuert Ich brauche hier drüben Hilfe Genau, komm rein Ich brauche Hilfe Wunderbar So Und weiter jetzt Irgendwie sind die Aufbauten hier immer ziemlich gleich, oder? Kommt erst nur so vor Block Hey, ich schaffe das nicht allein Noch mehr ausländische Güter Perfekt Abgeschlossen, also zurück Er sagt aber noch nichts Weil da oben steht noch einer Wow So Na komm Den wollen wir da runter Das war's Verschritten wir So Manchmal geht's auch sofort Na ja Aber ich glaube ich werde noch einen dritten Part brauchen Um den Fluss komplett zu machen Na ja Mal schauen Mal schauen Wenn wir das Schwert heute noch finden Mache ich den Rest ausbühen Wenn nicht Machen wir am nächsten Wird der nächste Part machen Vielleicht den Fluss hier fertig Mal schauen Mal schauen Ich weiß es noch nicht Mal gucken Wird auch wissen wie es in Irland weitergeht eigentlich Gar nicht Kann man jetzt das Fest dazwischen Ist das Egel Sonst wäre ich ja gar nicht Hier hin zurückgekommen Okay, lass mal auf die Karte gucken Das haben wir Mal schauen ob der Fluss hier wieder hinführt Oder ob der Ist das eine Kette? Okay Kann ich die von hier weg machen? Ja, kann ich Ja, irgendwo schießt da schon einer Wo denn? Ja Wo denn? Ja Ja Ja, das war wohl nichts Ja 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 Machen wir erstmal die Kette hier weg Wuch So So Kette weg Wo bin ich da rein gelaufen? Wo bin ich da rein gelaufen? Wo bin ich da rein gelaufen? Hier Das hätte so einer Ja Okay Weg hier Hey, 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 hey. Hey, wenn ich das richtig sehe, wäre hier dann... Aber das hier sieht mir nur noch so einen kleinen... Fahren wir da einmal kurz rein? Will ich da schon mal überlegen, ob wir da jetzt einmal reinfahren, nur um zu gucken, was wir da haben. Weil von hier sehe ich... Naja, komm, wir bleiben hier auf dem Fluss. Wir bleiben hier im Großen. Natürlich haben wir hier wieder zwei... Rechts haben wir was und links haben wir was, ne? Links ist ein Kloster. Warte mal. Äh, rechts hält er sich doppelt. Was ist das denn? Oh. Toll. Das sieht ja interessant aus. Okay, wir werden auf jeden Fall heute das nicht schaffen, weil wir haben jetzt hier drei. Dann gehen wir jetzt von links nach rechts. Gut, in der Mitte ist nur ein kleines Dings, aber trotzdem. Was ist denn? gut ja dass er ja komm her aua ja ich schlüssel den ja auch so ist ja alles recycelt hier ist doch um okay gut hier ist nichts wir werden auf jeden fall zurückfahren hier nach aus dem grund weil wir ich komme damit machen wir noch weil dann müssen wir zurück bei unter frachtraum volles kann man hier eigentlich speichern auf dem fluss kann man nicht speichern aber zurück und jetzt in der mitte oh gott kommt weh das war Zeigen wir's dem Abschaum! So, wie kommen wir hier rein? Na ja. Ich brauche Hilfe! Genau, komm mal na her. Wollen wir erst Jürgen aufmachen? Scheint so. Na also. Okay, war aber wieder nix drin oder wie? Na. Na komm, dann machen wir das hier auch noch. Dann haben wir die drei. Na ja, es gibt mehr, schon klar. Dann haben wir die hier gemacht. Meine Güte. Ei, ei, ei. Film-Einbruch, aber hat sich schon wieder gefangen. Hm. 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 Oh. Ich weiß nicht. Ah. Irgendwas gutnützliches? Nö. Hm. Ist gut. Aber ich glaube, eine Truhe steht hier nicht. Nö. Boah, da steht gleich hier drin. Ja, da ist doch schon wieder jemand, der ne... Ja, ich eile. Ich beeile mich schon. Wann? Ja. 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 Wie da nix zu... Was... Was ist das, wenn da nix angezeigt wird? Ist das ein Fehler oder ist in den Truhen nix drinnen? Ja, du sollst da schon bewegen. Los, ich brauche hier Hilfe. Genau. Wieder nix drin? Wir sind hier fertig. Zurück zum Schiff. Hier liegt noch ein Schlüssel. In dem Haus. Mal schauen. Jetzt haben wir die Tür auf dem Hut. So. Was haben wir denn hier unten noch? Ach, eine kleine Truhe. Oh, eine große Wune war drin. Dankeschön. Okay, dann würde ich sagen, wir fahren zurück zur Siedlung und dann werde ich den Part für heute da beenden. Dann müssen wir nächstes Mal nochmal auf den Fluss. Dann wird das Schwert wohl noch weiter oben sein. Na. Naja. Ich hatte gehofft, wir finden es heute, aber das hat nicht funktioniert. Schade. Schade. Aber macht ja nichts. Oh. Oh. Wir sind auch ganz gut dabei, aber unser Laderaum ist fast voll. Deswegen macht es keinen Sinn hier noch weiter zu fahren, sonst können wir es irgendwann nicht mehr mitnehmen und das wäre blöd. Geplünderte Schauplätze 5, gefallene gar keine, 240 und zwei Schlüssel. Ja, weil es nicht so, jetzt nicht so als Optimale ist. Aber naja. Besatzungsmahlzeiten füllen bei dir und jedem deiner Kämpfer hier eine Mahlzeit auf. Da sind wir wieder. Wir werden jetzt einmal, ja, das Fest ist bei mir hier aktuell immer noch, wir werden jetzt einmal zu unserem Laden hier in der Siedlung gehen und unseren ganzen Gründer verkaufen, damit wir wieder ein bisschen Geld haben. Ja. Äh, der war hier, genau. Hallo. Zeigst du mir deine Waren? Ha, der hat schon wieder sowas. Das werde ich mir aber jetzt nicht, erstmal nicht kaufen, wir Blunder verkaufen. Bring mir alles, was du finden kannst. 500 und ein, okay. Ist das dann alles? Ja. Wir haben bisher kaum. Ich wünsche das Vermitteln. Oh, hier. Oh, ah, nun. Das wollte ich nicht, wollte hier hin. Nun muss ich gehen. Beehr mich bald wieder. Schauen wir mal. Ja, bestimmt. Gut. Vorher würde ich sagen, das soll es für heute gewesen sein. Beim nächsten Mal werden wir nochmal auf den Fluss, äh, uns begegnen. Und ich denke mal, mit dem nächsten Part sollten wir das auch hinkriegen, dass wir dann das Schwert holen, weil so viel ist es nicht mehr. Wir haben den Fluss fast abgeschlossen. Beim nächsten Mal machen wir dann den Rest. Ich hoffe, ihr seid da mit dabei. Und ich darf erstmal bis dahin. Und dauer. Und dauer.